Was geht auf Freunde? Willkommen endlich zurück zu Demon Slayer The Hinokami Chronicles. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde. Es ist so lange her, Oktober, November 2021, kam das Spiel raus. Ich habe einige Videos gemacht, 10 Stück und dann irgendwann nicht mehr. Ich habe es mehrfach erklärt, hier und da, warum es keine Videos mehr gab, aber das werde ich jetzt hier nochmal machen, damit ihr nochmal versteht, was da los war. Es lag nämlich nicht am Spiel, weil es hat Spaß gemacht und es lag auch nicht an den Klicks oder an den Likes, was mir teilweise auch immer wieder unterstellt wird bei Projekten, wenn es dann keine Videos mehr gibt. Daran lag es nicht, weil es macht immer noch gute Klicks, es macht immer noch gute Likes und immer noch fragen immer wieder Leute, ey, kommt da noch was? Ich hatte Bock drauf, zieh es doch noch durch. Daran lag es nicht. Daran lag es nicht und dementsprechend hat es mich auch seitdem extremst geärgert und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, irgendwann musst du zurückkehren zu diesem Spiel, irgendwann musst du es zu Ende bringen, weil ich habe es privat auch nicht weitergespielt. Ich habe es privat seitdem nicht durchgespielt und es hat mich alles so geärgert, weil das Projekt wurde so dermaßen von YouTube auseinandergenommen bei mir. Wirklich jedes Video, ohne Ausnahme, jedes Video wurde mehrfach geclaimt, mehrfach musste ich das neu rendern, hochladen und immer wieder rumtricksen. Teilweise habt ihr vielleicht noch die alten Videos im Kopf oder im Gehör, die Musik, daran lag es meistens, aber es lag auch teilweise am Bild. Das wurde auch teilweise geclaimt und mir wurde dann auch noch gesagt, obendrauf, kannst du gerne spielen auf YouTube, aber das Ende zeigst du nicht, das darfst du nicht. Wie, ich darf Moomentrain nicht zeigen, warum? Andere machen es auch. Ja, das ist so eine Ansage. Alles kam zusammen und ich dachte mir, okay, weißt du was, ich habe gar keinen Bock mehr, ich habe keine Lust mehr. Und es hat mich so genervt. Jetzt ist es aber soweit, Freunde. Jetzt werden wir es durchspielen. Also jetzt nicht in diesem Part, sondern wir werden jetzt anfangen, damit weiter zu zocken. Und wenn ihr Bock habt darauf, dann gerne ein Däumchen da lassen, gerne eine Bewertung da lassen für das Video, um das nochmal zu pushen, damit irgendwie irgendwas reaktiviert wird, so in Sachen Algorithmus für das Projekt. Und gerne aber trotzdem auch nochmal euren Lieblingscharakter in die Kommentare schreiben. Und ansonsten würde ich sagen, legen wir los. Let's go, Freunde. Dritte Staffel läuft ja jetzt auch aktuell. Jetzt, Freunde, wir ziehen es jetzt durch. Es muss ja sein. Es muss endlich sein. Dritte Staffel läuft ja jetzt. So, okay, ihr müsst mir aber auch verzeihen, dass ich mich erstmal wieder reinspielen muss. Obwohl, was heißt wieder reinspielen? Ich war ja nicht krass, oder sowas? Ich war ja nicht krass, aber ich verstehe schon mal, warum. Es könnte ja sogar sein, dass vielleicht sogar... Meint ihr so, in absehbarer Zeit könnte ein zweiter Teil rauskommen? Vielleicht nächstes Jahr? Können wir ihn noch machen mittlerweile, mit den neuen Storys. Aus dem Anime. Alles klar, Mann. Der erste Korbentür. Junge mit dem Wildschwein-Kopf. So, wie ging das nochmal? Let's go, let's go, let's go, let's go. Ja, läuft doch ganz gut direkt. Ja, also, den zweiten Teil würde ich schon feiern. Ähm, wie gesagt, ich hab's nicht durchgespielt seitdem, aber ich fand's echt, äh, nicht schlecht, so. Obwohl ich ehrlich sagen muss, ich war jetzt, ich bin jetzt auch heutzutage nicht mehr so der allzu große Plan. Oh, shit. Äh, von Anime-Games, wo du immer nur straight die Story durchspielst. Ich finde es immer ganz cool, wenn sie da so einen kleinen Twist reinbauen. Weil die meisten Leute, die das spielen, kennen ja sowieso die Story. Aber alleine von der Optik her ist schon ganz geil, oder? Ist immer noch geil. Und so ein zweiter Teil? Zweites Game, wo man noch ein bisschen was verbessert. Oh, shit. Ähm, mit dem Inhalt von der zweiten Staffel und der dritten Staffel, wenn die zu Ende ist, so nächstes Jahr, will ich feiern, äh. Aber man muss ja auch irgendwie sagen, so allgemein, so viele Anime-Games kommen ja gar nicht mehr raus, ne? Dieses Jahr, äh, hab ich auf jeden Fall schon One Piece gespielt, One Piece Odyssey, auf meinem zweiten Kanal, können wir gerne mal abchecken. Ähm, das war eigentlich auch, ich fand's nicht schlecht, so. Hat das gesessen, der Angriff? Ich weiß gar nicht. Hab es hier einen Schwieriggeist gerade, ey? Yes, man kann auch einfach drunter schwenken. Du kannst nichts machen, oder? Du kannst nichts machen. Okay, lass es blocken. Let's go. Ah, yes! Ja, gar kein Problem. Wirklich, du kannst dich verschen, was du? Wirklich. Wirklich, wirklich, wirklich. Wirklich, wirklich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ah, best man Tenjiro, ne? So, Geruchfolgen. Oh, I'm scared. I'm scared. It's okay. I'm coming. I'm going to protect you. I'm going to protect you. This smell is... I wonder if... It's here. It's here. It's here. It's here. It's here. It's here. Kiyoshi, my brother! Ah! My brother! My brother! Teruko! That... That guy? I'm Kamado Tanjiro. I'm going to kill the bad guys. Come on, look at your wounds. I've worked hard for you. What happened here? Can I talk to you? Ah... Ah... I was caught up with a monster... 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 Now... I was caught up with a monster... Das ist er. Er ist er. Er ist Marech. Er hat sich gesagt, aber... Ja, genau. Er heißt Marech zu Marech. Kaa! Marech ist Marech. Ah! 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 Let's go! Let's go! The smell of the smell! The smell of the smell! The smell! The smell of the smell! Okay, I'm starting to move on. To the smell of the smell, I'll shoot the smell of the smell of the smell of the smell! You'll do it! I'll do it! So, dieser ganze Schlauchlevel und so weiter Das ist zu, wie nennen wir das? Linear, linear, genau Bisschen mehr Freiheit, das war schon ganz cool, ehrlich gesagt Oder? Würdet ihr das auch eher feiern oder sagt ihr, ne, so ist schon ganz cool Okay Ein bisschen Blut hier, wa? Ein bisschen Das ist ein kaffee, was ich hier Ich habe ihn nicht verstanden, aber ich habe ihn nicht verstanden Ich habe ihn nicht verstanden, aber ich habe ihn nicht verstanden Ich hab kein Herz geschehen. Ich habe das Schmerz, die Angst zu haben. Ich habe... Ich habe mich jetzt schon geblieben. Wenn ich immer wieder ausgedrückt habe, wenn ich mich selbst selbst ausgedrückt habe, und ich habe mich sehr schwer zu verließen. Ich bin ein Mann, so ich kann es nicht behalten. Ich bin mein Mann, aber wenn ich mein Mann nicht behalten kann... Ich bin gut, Tanjiro! Ich bin mein Mann, so ich bin ein Mann! Immer weiter in die Höhle des Löwen, da ist er doch schon. Ich glaube, der wurde nicht im Deutschen von Marvelous geschwungen? Ja, ich glaube schon, ne? Oh shit. Welcher Knopf war der? Ah ja, okay, der Kreis war anders. Oh shit. Oh, boah, Alter. Wo ist er denn? Yes, du hohohoho. Der Wasserstyle, ey. Ey, wie gesagt, Mann, ey. Ich weiß eigentlich, ob Naruto Storm 5 dieses Jahr rauskommt? Der neue Naruto Storm? Alter, da hab ich ja einfach drauf, ne? Das müssen wir eigentlich zocken, ne? Das müssen wir eigentlich zocken. Wie gesagt, so viele Anime-Games kommen ja nicht und meistens auch so in den letzten 5-6 Jahren, muss man sagen, da war viel Schrott auch dabei. Ich weiß gar nicht, ob jemand von euch dieses My Hero Battle Royale-Game gezockt hat. Hat es jemand gezockt, ey? Oder das Drangle-Dead by Daylight-mäßige Game? Ja, was soll das, Alter? Mach doch mal richtig geile Games. Weißt du, was ist da los, Mann? Oh ja, Burukai guckt ja. Stimmt, Burukai guckt. Burukai, Junge! Aber das ist dieses Jahr wahrscheinlich ehrlich. So. Rang S, ich war nie weg. Sag mal so, Rang S steht für Service, ne? Weißt du, weißt du Bescheid? So. Oh ja. So. Im Moment. Wir machen die Kriseid, Tränen. Das ist das, was wir da. Ich bin faszin. Aber das ist das Schönen, die Leute, die Leute sind weggezogen. Ich bin blind. Ich erneu mich. Ich bin blind. Ich bin調節 колle. Ich bin einfach auf sich. Ich bin streit. Ich bin leid. Ich bin Leid, Tanjiro! Ich bin leid! Ich bin so ein glückliches. Ich bin so ein glückliches. Ich bin so ein glückliches. Und heute, auch in diesem Jahr, ich bin so ein glückliches. Ich bin so ein glückliches. Der Schöpfer hat sich in den Maltz zu erreichen und auf die 12-Ki-Zu. Geh, Musskeller! Ach, Junge, du kannst das eh nicht Fangt an Du wünschst dir das, du bist nicht stark Das ist schon ganz geil, oder? Das ist schon ganz geil gemacht Wir haben zwar komplett die Übersicht verloren, wo der ist jetzt, aber Oh, 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 oh Wow, oh, shit, jetzt hat er mich verloren, egal, drauf da, drauf da Weg, weg, oh, nein Nein, die ultimative Technik ging daneben Ärgerlich Er blockt alles ab, er blockt alles ab, jetzt ist es aber vorbei Komm, komm, komm Jaaa, let's go Auch Ranges, ja, wie gesagt, was soll ich machen? Extra schlecht bin? Ich glaube nicht Ich glaube nicht Ich habe es nicht mehr so gemacht. Ich habe es nicht mehr so gemacht. Ich habe es nicht mehr so gemacht. Oh, ein Kind? Oh, du kannst mich zu dir, dass du deinen Ort schlauchst. Danke, danke. Danke. Dann, bitte. Oh! Das war's für mich. Das war's für mich. Ich habe mich nicht zu suchen. Kiyoshi! Teruko! Tanjiroo! Ich habe es gut gemacht. Los geht's. Los geht's. Think ich gerne habe... Wie ist das Leib-Up-I-H? Das passt sofort? Ist das. Oh, ist das ZEN-Yet und Shaw-I-Y. Sieht aus. Sieht aus, es schau, zu dir. Das ist die Leib-Up-I-H! Warum es zuerst verstecken? Ich habe es einen Besucher direkt. Ich habe einen Schuss. Ich habe ihn gemacht. Ich habe ihn zum Schuss! Ich bin der Kunde! Tanjiro, ich bin... ... ich bin... ... ich bin... ... ich bin... ... das ist wichtig für命. ... 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 Oh … Oh … Waaaaah … Oh … Oto … Dzuk, tu mire … Oh … Oh … Oh … Eh? Oh … Oh … Oh … Oh, das ist mir tatsächlich. Ich weiß nicht, was ich? Ich kann nicht nur ein Buch schreiben. Mein Name ist Fungdoch, aber... ... 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 Ich bin sehr dankbar. Ich werde nach Hause gehen. Danke, Tanjiro. Danke, Tanjiro. Danke, Tanjiro. Sch... Schoichi-kun? Ich werde mich nicht weg. Nein, 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 nein! Schoichi-kun ist nicht weg. Schoichi-kun ist stark. Schoichi-kun wird mir zu retten. Schoichi-kun ist nicht zufrieden. Ich werde mich nicht weg. Ich werde mich nicht weg. Ja. Ich werde mich nicht weg. Ich werde mich nicht weg. Entschuldigt. Ja, ich komme. Ich br 어쩌. Ich schauke. Ich bin ja whenever. Ich bin in der Oberstelle. Noch nicht in der Karte kommen. Ich weiß hier nicht. Kora, 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 Kora. Das war's für mich. Ich weiß nicht, dass die Kassuzgei-Galas auch da ist. Das war's für mich. Das war's für mich. FUJI NO HANA NO KAMON GAUR! KÜU SOKKÜU SOKKÜU FU SHOW NI TZUKI KANCHI SURU MADE KÜU SOKS SE YO FUJI NO HANA NO KAMON NO IE BA MAE NI O NI GARI NI I NOCHI O SUKU WARETA ICHI ZOK FUJI NARI DE ARRIBA Mmm . 5. 8. 8. 8. 9 FUJI NO HANA NO KNOW KAI There's never ever . 6 Khu Y 말을 , 6. 10 KÜU MOM , 2 Ich bin ein Geheimnis, was ich. Bitte. Ich bin ein Geheimnis, dass ich drei Leute schreien. Ich bin ein Geheimnis. Entschuldigung. Du bist, ich schuldig. Ich habe mich verletzt. Ich habe mich verletzt. Ich schuldig, ich schuldig. Ich schuldig. Ich schuldig. Ich schuldig. Ich schuldig. Ich schuldig. Ich habe mich nicht in den Kursen. Dann hat der Inosuke, wie kam die Kistatze in den Kistatze? Was ist das für ein Kistatze? Das ist doch ein Problem, was ich? Die Mannschaft der Kiefer in der Meist war der山, und hatte mich mit dem Kraft und hatte die Kugel. Dann kann ich mich über die letzte Begründung sagen. Ich weiß, was ich an das, was ich für die Geist des Kiefer. Und ich habe das, was ich in der Kiefer in der Kiefer. Ich weiß, dass ich auch mit dem Kiefer in der Kiefer. Du bist mit dir. Ich habe keine Eltern und Freunde. Ich habe nur die anderen Menschen mit dem Leben. Ich habe nur die einzige Spaß gemacht. Oh, das ist das. Oh, das ist das. Tanjiro, ich habe mich nicht mehr gefragt, aber... Was ist das für die Gehäuser? Zehn逸... Ich wusste, dass ich mich verletzte. Zehn逸 ist wirklich ein guter Mann. Danke. Du... Du... Ich würde mich nicht bemerken. Ich habe mich auf die Hände zu hören. Ich wusste, dass Zehn逸 ist. Zehn逸 ist sehr nett und sehr nett. Nein, es ist nicht so nett. Ich suche, dass sie nicht the same haben. Wenn du匠一 kundigst. Entschuldigung. Du magst nicht zu nehmen. Du hast es zu sehr langsamer! Ich möchte ihn für Sie nicht. Ich bin hierher. Ich bin sicher. Ich bin so frei. Ich bin hierher. Kann ich dir jetzt ein bisschen entspricht? Ich bin wieder... Ich bin sicher. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Hmm... Nezuko? ... 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 Tanjiro? Nezuko-chan ist Tanjiro. Nezuko-chan ist Tanjiro. Wir machen uns gut, Tanjiro! Zeinitz! Tadamu, keine Ahnung! Das sind Sie, Tanjiro! Tanjiro. Ich habe es nicht. Das war's für heute. Dieses학교fe wird in einer ersten Stunde geschüttert. New Uhr komme im Jäbis zum Jäbis in der nächsten Morgen! Jäbis zum Jäbis zum Jäbis zum Jäbis zum Jäbis zum Jäbis! Zum Jäbis zum Jäbis zum Jäbis zum Jäbis. Zum Jäbis zum Jäbis zum Jäbis zum Jäbis. Das war der Nata Gumon-Yama. Das ist das erste Mal. Okay, Freunde. Okay. Damit haben wir jetzt das Kapitel abgeschlossen Wie gesagt, wir werden es jetzt durchzocken Wenn ihr Bock habt, habt ihr Bock? Wenn es der Fall ist, würde ich mich sehr darüber freuen Wenn es, wie gesagt, noch mal pushen würde Vielleicht noch mal so ein bisschen besser Einfach liken, kommentieren Und ja, dann bin ich mal gespannt Wie der Rest vom Spiel ist So, das war's, ich danke fürs Zusehen Ich hoffe, ihr habt heute Spaß Und ihr freut euch, dass es weitergeht Haut rein und tschüss